Hallo Leute, hier ist Casey von CaseyCraftPay zu einer anderen Folge. Let's play Appydos. Minecraft Appydos. Ja, bzw. Attack of the B Team Appydos. So, jetzt haben wir es. Und wieso brennt da was? Naja, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und ich wollte ja mal gucken, was dieser orangene Baum bewirbt. Eigentlich nichts, ne? Ich weiß nicht wie man... Ach, ich habe kein Eis dabei, oder? Und irgendwie kann ich mein Menü nicht öffnen. So, jetzt so. Oh, ja, Menü ist voll. Raw Squid. Ich will ihn noch nicht essen. Lunge? Ja, okay, ähm... Hat sich erledigt. Kann man die essen? Kann man essen? Ist wie vergiftet oder was, ne? Ne, scheiße. Ähm, ich habe mal im Video gesehen, dass hier noch eine Schlucht ist. Ganz vergessen. So. Wo war sie denn jetzt? Ähm, eben gucken. Bin ich eigentlich vorbeigeflogen? Es sieht so aus, als wenn die rechts von mir wäre. So, irgendwo hier. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wieso... Wieso, wieso brennt das denn hier? Hallo? Was ist das? Ash Block. Smothering Grass Block. Ach, sah bloß, hier ist ein Komet runtergekommen. Brenne ich? Ne. Äh... Ach, da nehme ich die Asche mal mit. Für was kann man... Die denn benutzen? Ich weiß gar nicht. Äh, ja. Wenn ich denn Platz hätte. Ähm, wir können ja mal wegschmeißen. Ähm... Wir bauen schon Wolle, ne? Is this array? Muss die nicht haben, oder? Die Asche haben wir aufgenommen, ja. Ich weiß auch nicht, wofür die gut ist. Naja. Was? Nein. Also, ich werde doch... Ich brenne doch, wenn's da... Boah, guck mal, hier ist alles voller Asche. Krass. Guck mal, hier ist so ein Schneebium. Okay, äh, nicht ablenken lassen. Ich wollte jetzt mal gucken, wo hier die Schlucht ist. Hier? War das die Schlucht? Dann kann ich noch ein paar Ressourcen mitnehmen. Ähm... Ja. So Goldohr oder so. Ich liebe es, eine Fledermaus zu sein. Finde ich echt geil. So, mal gucken, was hier noch alles ist. Hui. Spinne. Redstone. Hier ist noch mehr Gold. Eigentlich brauche ich keinen Redstone, ne? Das ist Marvel. Okay. Die sieht immer noch so komisch aus, oder? Komisch. Ich krieg den irgendwie nicht gebacken, dass das aussieht wie, ähm... Ach so. Weiß ich mal am Leben. Weiß ich... Hier kann man Gravel... Ich glaub, den nehme ich mal mit. Und... Weil... Ich hab gesehen, dass Mark den braucht. Mark braucht jede Menge Gravel für die Smeltery. Ach hier war schon einer drinnen. So, dann würde ich's... Ja, okay, dann reicht das erstmal. So, mal gucken, was hier noch alles ist. Eisen. Ich weiß auch nicht, wieso die Leute nicht Eisen mitnehmen. Irgendwann gehen die Dias vielleicht mal aus, oder so. Weiß ich ja nie. Ich nehm's mal mit. Für irgendwas braucht man... Ja, hm... Ja, nebenbei noch ein bisschen Dias hier gefunden. Klar. Kupfer hab ich noch gar nicht. Thermalkraft. Müsste ich ein anderes mal losgehen? Was haben wir denn hier? Quantum brauche ich auch nicht. Ich brauche eigentlich, ähm... Dings, äh, sag schon. Kaktus. Ich müsste da echt mal jetzt losgehen. Zehn Minuten haben wir noch. Vielleicht nehmen wir eben hier noch das mit. Ist das Kohle? Silikon. Äh, okay. Scheint hier nichts mehr wertvolles zu sein. Ähm, und dann gehe ich einfach mal... Ich denke mal, ich gehe erst nach Hause, weil ich mir... Die Sachen wegräume. So, mal gucken, wo ich hin muss. Muss hier hin, ne? Ja. Okay. Also in... Links rum und dann... Okay. Mach mal. Upp. So. Ups. Hä? Ich wollte schon sagen. Achso, ich muss mit der Maus steuern. Ah. Guck mal, hier ist die große, der Baum und dann scheint das, ich bin dahinter. Ja. Wie ist auch noch so ein fetter Baum. Hier, das hat der, äh, das hat der, äh, das schon gebaut. Der Clemens. Sieht echt gut aus, finde ich. Also ist noch nicht fertig, aber nicht schlecht. Und hier ist jemand drin. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Sorry. Ähm. Ja, und das ist Retro-Flash-Haus, das ist Marks und mein Haus. Uh, Mark hat hier weiter ausgebaut. Ich denke mal, ich werde das auch irgendwie noch weiter ausbauen. Vielleicht in die Höhe oder so. Aber, naja. Ähm. Ups. So. Will ich erst mal wieder zur... Zum... Ach, Mann. So, ich will erst mal ich wieder sein. Danke. So. Dann tun wir erst mal die Kisten hier alle rein. Alles so rein. 39. Ja, schon läuft, ja. Was ich auch brauche, noch Zuckerrohr. Ich müsste echt mal hier verzaubern und so, ne. So. Kann ja mal gucken, was der Mark jetzt schon gebaut hat hier unten. Der hat schon irgendwie... Smeltery hat ja gesagt, hat er angefangen. Also hier hat er schon mal angefangen mit diesem Stencil-Ding. Und hier hat der Smeltery angefangen. Nein! Gib mir... Nein! Oh, ich dachte schon Scheibenkleister. Hach. Oh. Oh. Na ja. Mh. Eisen hat er hier drinnen. Okay. Läuft, ne. So. Ja, ähm. Ich musste erst mal was futtern. Äh. Ups. So. Dann mache ich mir mal eben eine andere Kiste. Und vielleicht kann man auch Eisen... Kann man eine Eisenkiste machen? Ich probiere es mal. Erst mal eine normale Kiste. So. Und dann eine Eisenkiste. Nee, kann man nicht. Schade. Ähm, ich kann ja mal gucken, was es so für Chests gibt. So. Chest. Oh, es gibt doch welche. Diachests. Reinforced. Ähm. Block of Iron. Block of... Ah, okay, okay, okay. Emeralds. Das ist Kupfer, ne? Ja, Tin. Ich denke mal, da nehme ich mir ein, ähm... Dia. Also wir brauchen vier Dia. Das ist ein Block of... Dings. Zelda. Hm. Ähm, dann brauchen wir Holz und eine Kiste. Also vier Dia. Block und Holz. Okay, Holz haben wir hier. Und dann Dia. Äh, Dia. Das. Ich will... Äh, nochmal. So. Warte mal. Den. Den, den. Und dann brauchen wir noch einen Dia-Block. Da kommt das Dings hin, glaube ich, ne? So. Was kommt an der Seite nochmal? Äh, wo haben wir es jetzt? Da. Ach, Holz. Okay. Ich muss mir unbedingt diesen Dings bauen. Diesen... Oh, wie heißt der denn jetzt? Ähm. Crafting Station heißt das, glaube ich. Äh, oder? So. Crafting Station. Tool Station. Crafting Station. Ach so, ich muss das einfach nur in den Crafting Table reintun. Ja, äh. Dann machen wir das doch eben, oder? Hä, wenn ich denn einen hätte. Aber ich kann das, glaube ich, auch hier reintun, ne? Ah, gucke mal hier. Dann packt das vielleicht auch nicht mehr so rum. Ja, YOLO. Gucke mal hier. Herrlich. Finde ich super. Äh, nee. So, jetzt mache ich erstmal hier so einen Block. Äh, so. Und so. Dann der Holz. Kiste und Block. Ja. So. Den stellen wir einfach mal... Wo stellen wir den denn hin? Hier so neben... Nebens Bett. Uh. Ist ja nicht gerade viel. Mehr Platz, finde ich. Na ja. Ähm. Diesen haben wir jetzt, äh. Eisen. Was ist da? Ups, das wollte ich gar nicht. Warte. Ach, komm. Seit wann können wir denn da jetzt was dran lagern? Ach, der greift auf hier zu. Okay. So. Und dann tun wir das hier an. So. Ähm. Ich kann auch gleich ins Bett gehen. Ein paar Minütchen haben wir noch. Ich bräuchte... Was bräuchte ich denn? Okay, ich geh mal kurz ins Bett. So. Ähm. Ja, Dai-Farben. Also. Da müsste ich gleich mal gucken. Dann machen wir uns, ähm... Was kann man dann hier mit reintun, ne? Ich mach mal eben so. So. Okay. Ähm. Dann gucken wir mal. Wenn wir das ja für die Transport-Dings brauchen. Purple-Dye. Okay. Purple kriegt man von der Blume. Swamp. Okay. Light Grey. Seppling. Ach so. Hier kann man das. Okay. Ist klar. Also Grau ist... Ist klar. Wie man das kriegt. Pink. Aber irgendeine Farbe, die war ziemlich schwer zu kriegen. Guck mal. Hier kriegt man... Orange. Ja. Lila ist klar. Äh. Grün kriegt man auch eine andere Farbe. Aus Moos. Okay. Ich weiß gar nicht, wieso wir da Kaktus verbrauchen. So. Wir haben ja hier schon ein paar Sachen. Gucken, was man hier rauskriegt. Da raus. Ähm. So viele Blumen haben wir ja wohl... Ähm. Doch, noch nicht. Äh. Ähm. Ich weiß. Hier kriegt man was raus. Den müsste ich mal anpflanzen. Oak Seppling. Hier kriegen wir schwarz raus. Belladonna. Witchery. Ja, Witchery... Würde ich auch gerne mal probieren. Iron Ore. Das müssen wir mal anpflanzen. Das ist schon interessante Sachen bei hier. Muss man ja mal sagen. World Domination with Open Blocks. Ich guck mal in das Buch rein. Hab ich noch nicht gemacht. Und vielleicht baue ich mir dann doch diese ganzen Sachen auch selber. Wie komm ich denn hier wieder raus? Ah, okay. Ähm. Ja, vielleicht erweitere ich erstmal mein Haus. Mit den Blöcken. So. Oakwood nehmen, oder? Ich würde ja gerne mal ein anderes Holz nehmen. Wie sieht denn das Rubberwood aus? Dschungelholz. Boah. Ich weiß nicht. Sprucewood ist ja eigentlich ganz geil. Na. So. Wir können ja Sprucewood nehmen. Dann erweitern wir das hier alles. Ähm. Und zwar. Ich hab da gerade so eine Idee. Also hier hat das Maggier schon erweitert. Äh. Ich wollte gerade fliegen. Geh mal eben hier so runter. Ähm. Das ist nur so die Umrandung, ne? Ach. Jetzt müssen wir doch mal eben. Transformation. So bad. Ich weiß, dass ich hier weiß, was ich baue. So. Dann ähm. Weiter ich das einfach mal nach. Hier. Hier so. So. Weiter. Weiter. Erweitern das. So. Hier lassen wir ein bisschen Platz. Oh. Zeit ist rum. Scheiße. So. Ich hab da aber schon eine Idee gehabt. Deswegen weiß ich nicht, wieso ich das gemacht hab. Nein. Ah doch. Lass mal einfach so fertig. Ähm. Das müssen wir nochmal gucken. Hier. So. Wie viel machen wir denn da? Bis hier so reicht's, glaub ich. Bis hier. Und das machen wir hier nochmal weg. Mal sehen. Ähm. Vielleicht brauchen wir erstmal das hier. Na. So. Machen wir Doppeltür oder so, ne? Ich weiß noch nicht, aber. Wartet. Der kann, ne, der bleibt, aha. Oder soll ich das, ähm. Müssen wir selber eben überlegen. Ähm. Der muss weg. Ich guck mal eben. So. Und dann würde ich das gerne so machen. Ähm. Haben wir? Ne, wir haben nichts anderes. So. Zack. So. Und dann wollte ich hier so irgendwie so rüber. Und dann machen wir hier auch noch so ne Plattform oder so. Irgendwo hat die Dings angefangen zu bauen. Ach. Da unten. Ach. Schon gut. Schon gut. Wie viel Scheiße erzählt hier. Ich würde doch mal kleine gucken, was das hier ist. Bambus. Kadel. Köl. Das kann man bestimmt abbauen, ne? Reis. Kann ich da? Bambusbundle. Ey, ne. Da kann man Dings rausmachen. Bambusstick. Ja. Läuft. Das läuft doch ganz gut. Ist noch mehr von dem Zeug. Bambusbundle. Ja. Läuft doch auch ganz gut, finde ich. Aber wie braucht man denn Reis? Food. Okay. Und das ist, äh. Ist das, was ich denke? Öl? Dirt. Äh. Okay. Ich kann wohl irgendwie ein bisschen zu verbacken sein. Was haben wir hier? Thumbnail Point. 96 Böcke. Hm. Huch. Ja, hier, äh. Dings brauchen wir auch noch. Glas. Peace. Okay. Na ja. Ähm. Ich müsste jetzt echt auch mal wieder zurück. Interessant. Sind das Fossilien hier? Leinblock. Okay. Können wir ja nächste Folge dann mit, äh. Mit jenem anderen zusammen wieder. Und so, ne? Ja. Und, äh. Ich denke mal. Ach, jetzt haben wir keinen Dingsbaum mehr, ne? Wo habe ich denn den Spruceboot nochmal her? Ach, du Scheinde. Ich wollte hier nochmal gucken. Kann man... Ah, das muss ich anbauen. Hier kann man... Das ist schon Farbe. Das ist auch schon Farbe. Candyflower. Hm. Okay. Ne. Kann ich jetzt auch nichts mit anfangen. So, äh. Den baue ich... Bläh. Den wollte ich anbauen. Das baue ich auch noch an. Das brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Obwohl, ich kann ja mal ganz eben schnell... Wo ist, mache ich nächste Folge. Ähm. Die ganzen Stencil-Dinger zu bauen. Palmwood. Wie sieht denn das aus? Na? So. Palmplanks. Sieht das gut aus? Ne. Muss nicht sein, ne? Kann man irgendwie als Boden mal nehmen oder so. Tja, ich muss Sprucewood noch finden. Wo finde ich denn Sprucewood hier? Ist das vielleicht Sprucewood da mit den Bäumen hier? Ne. Huch. Rubberwood. Sprucewood. Ähm. Ähm. Ja. Ja, es muss hier noch alles generieren, weil ich hier noch nie gewesen bin. Hier sind noch mehr von diesen Dingern. Oh, hier sind pinken Baume. Finde ich ja so geil. Den baue ich mir direkt... Oh, ich liebe das Magenta. Ey, wenn ich da von einem Baum ein Sapling kriege, wäre ja geil. Das wäre so geil. Scheiß Kuh. Ne, ne? Jetzt bin ich eine Kuh. Das wollte ich nicht. Ach so, ja. Ich bin ja keine Kuh, äh. Ich bin ja keine Kuh mehr, wollte ich sagen. Keine Bad mehr, so. Not your lotion. Bekommt man hier noch irgendwie... Mal... Einen Zeppling. Gucken, ähm... Bis jetzt, glaube ich, auch noch nicht viel runtergefallen, ja? Ich will so einen Zeppling von diesem Scheißbaum. Mit der Maus ist... Äh, mit der... So, mal sehen, ob ich hier was kriege. Ich glaube nicht. Jetzt muss ich hier das direkt daneben abbauen. Jetzt so. Oh, ist was runtergefallen. Ja, geil. Ich habe pinke Bäume. Hammer. Ich brauche mal noch Spruce Wood. Äh, ja. Hi Creeper. Tschüss Creeper. Was ist das denn? Das ist Kokosnuss, ne? Ja. Was sind das denn für Bäume hier? Tiger Leaves. Uh. Am... Amma Dings da brauche ich auch nicht. Wo ist denn hier, äh... Dschungelholz? Ich brauche da nur so einen Scheiß. Spruce Wood. Waaah! Scheiße! Was? 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 Hallo? Hallo? Hallo, seid ihr... Ihr seid nicht freundlich? Hey! Oh Gott, ich bin vergiftet. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Warte mal, ich muss mal eben schnell gucken. Da hinten ist mein Zuhause, okay. Okay, nicht. Nach Hause. Ich werde sterben. Das wäre ärgerlich. Ich werde sterben. Nach Hause. Ich werde sterben. Oh mein Gott. Ein halbes Herz, ey. Im Ernst. Heilige Kacke. Ja. Oh mein Gott. Naja, Leute. Ich muss jetzt hier aufhören. Ich werde noch eben den einen Baum anpflanzen. So. Eben noch ein paar Bäume hier anpflanzen, wenn es denn geht. So. Und schnell wieder rein. Ganz schnell. So. Dann würde ich sagen, darf ich zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.